Hallo zusammen, wir stehen hier vor dem Klosterladen vom Kapuzinerinnenkloster Jakobsbad und gehen nachher mal noch in den Klosterladen und schauen, was für gute Produkte es hier gibt. Es wird hier fast alles selbst gemacht, vieles wird selber gezüchtet im Garten, viele Kräuter. Gehen wir mal rein. Kommt mal mit. Schokolade. Hier wird eine riesige Auswahl an Natur-, Pflegeprodukten und Hausspezialitäten angeboten, die weit über die Landesgrenzen bekannt sind. Das Kloster wie viele andere Kloster sind bekannt für ihre Kräutergärten und ihr Wissen. Die Produkte aus dem Klosterladen werden auch heute noch umweltschonend und möglichst ohne Konservierungsmittel produziert. Alle Salben und Kosmetika werden im Kloster selbst hergestellt. Die auf mehreren Stockwerken eingerichteten Produktionsräume befinden sich über dem Klosterladen. Freundlicherweise macht Schwester Dorothea mit uns einen Rundgang und erklärt, wie die Naturprodukte produziert werden. Wir setzen uns an, wie man meistens soll. Wir machen die Mischungen praktisch alle selber. Kräuter kaufen wir zum Teil an, zum Teil nehmen wir das und warten. Nur wenige Meter neben dem Kloster ist der Vergnügungspark der Kronbergbahn. Die Talstation der Luftseilbahn befindet sich direkt neben der Haltestelle der Appenzellerbahn. Hier stehen wir an der Talstation der Kronbergseilbahn. Da geht es auf 1663 Meter hoch. Bei der Talstation gibt es eine Bobbahn, ein Seil- und Zippleinpark und für die ganz Kleinen einen Spielplatz und eine Märchenwelt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Hallo zusammen. Jetzt sind wir in Appenzell. Das ist der Hauptort für den Kanton Appenzell in Europa. Das ist die Heiligkreuzkapelle. Die ist 1561 erbaut im spätgotischen Stil, geweiht zu Ehren des Heiligen Kreuzes und der 14 Nothelfer. Hier in Appenzell findet man viele Kunsthandwerker. Handstickereien, Trachten, Trachtenschmuck, Hossenträger sind traditionelle Appenzellerprodukte, die in Handarbeit hergestellt werden. Ausser den bekannten Appenzeller-Kräse gibt es noch viele andere Appenzeller-Spezialitäten, wie z.B. Appenzeller-Wieber, Bandli, Beerenwecke usw. Appenzells autofreies Zentrum wird durch Holzhäuser mit bunten Fassaden geprägt. Appenzell ist ein Ort am Fusse des Alpsteinmassivs. Wanderwege und Seilbahnen verbinden mehrere Berggipfel. Musik Hier stehen wir auf dem Landsgemeindeplatz. Einmal im Jahr werden da Abstimmungen durchgeführt von der Regierung und das Volk entscheidet durch Handheben, ob sie mit den Entscheiden einverstanden sind oder nicht. Musik Hier sind wir bei der Brauerei Locher. Hier wird das Original Appenzellerbier hergestellt. Es stehen schon jede Menge Flaschen bereit. Musik 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 Schön warst du wieder mit dabei. Wir wünschen dir eine gute Zeit und bis bald beim nächsten Video.